Haben Sie auch schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt und das Fondue-Fleisch vorbestellt? Unsere Stars in Deutschland sind total im Weihnachtsfieber. Bunte haben Sie exklusiv verraten, wie die Familie Carpendale feiert, wie Viktoria Swarovski dieses Jahr den Heiligen Abend verbringt und auch wie Heino und Fritz Wepper an die Menschen denken, die dieses Jahr nicht mehr unter uns sind. Für Stefanie zu Guttenberg wird dieses Weihnachten ganz anders werden. Erstmals feiert sie ohne ihre beiden Töchter. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Karl Theodor geht sie jetzt ein selbstbestimmtes, starkes Leben an. Weihnachten ist auch Traumschiff-Zeit. Ich habe Barbara Wusshoff in Wien besucht und mit ihr über 33 Jahre Ehe geredet und warum es zwischen ihr und Mann Albert immer noch knistert. Auch dieses Interview lesen Sie diese Woche in Bunte.